Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich verwarme mich hier wegen der Ausführung oder wegen Teile der Ausführung von Patrick Hartmann, der hier eine Erklärung verlesen hat und sich nicht sehr schnell geschrieben während meiner Frage. Ich verwarme mich ausdrücklich dagegen, ich hätte oder irgendjemand in meiner Fraktion oder ich hätte auch nur den Anschein erweckt, dass irgendjemand in Kasseler Linken das Existenzrecht der Staaten Israel in Frage stellen möchte. Das möchte ich mit aller Entschiedenheit zurückweisen, selbstverständlich gilt in diesem Fall das Selbstbestimmungsrecht der Bürger, auch in Israel, das kann ich für mich stehen lassen. Es ging mir in meinem Redebeitrag, um das nochmal klarzustellen, einzig und allein um die Art und Weise des Bedenkens, ich habe am Anfang gesagt, die Kasseler Linke erklärt ihre volle Solidarität mit den Opfern, mit den mutmaßlichen, gewollten Opfern, mit allen jüdischen Gemeinden in Deutschland. Wir nehmen diesen Antisemitismus sehr ernst, wir nehmen jeden Antisemitismus sehr ernst. Wir sehen ihn im Moment in der Pflanze der rechten Gewalt, des rechten Terrorismus. Da sehen wir Antisemitismus in der Tat, das verurteilen wir. Wir halten nur den Zusammenhang mit dem Staat Israel in dieser Frage für fragwürdig. Deshalb meine Nachfrage, weil das eine, und da sind wir bei Äpfeln und Bürgen, Herr Geselle, nichts mit dem anderen zu tun hat, eine Solidarität gilt natürlich allen jüdischen und jüdischen Menschen auf der Welt, die Opfer solcher Anschläge werden. Hier in Deutschland passieren diese Anschläge, deshalb gelten sie in diesem Moment und nach alle den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden in Deutschland und in dem Fall nicht dem Staat Israel, der damit meines Erachtens erstmal nichts zu tun hat. Dankeschön.